Hallöchen liebe GamesCenter-Freunde, herzlich willkommen zum letzten Video von der Gamescom. Warum das letzte Video? Ich kann euch die Geschichte erzählen, wir wollten unbedingt was zu Bethesda machen. Es gibt aber ein großes Problem, es gibt in dem Sinne nix von Bethesda auf der Messe. Wir haben Evil Within 2 gesucht, wir haben das neue Wolfenstein gesucht. Es ist alles nicht spielbar, es gibt hier vorne, deshalb zeigen wir euch das einfach. Es gibt zwar einen Evil Within 2 Stand und man kann sich Evil Within Körper-Tattoos machen, man kann Fotos machen mit den Figuren, aber man kann im öffentlichen Bereich wirklich nichts davon anspielen. Und das ist ein bisschen schade, nichtsdestotrotz wollten wir euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten. Und deshalb denkt dran, das Ganze kommt bald schon raus, ja. Und zwar am Freitag, dem 13. Oktober 2017. Unfassbar gutes Datum dafür. Das Ganze gibt es natürlich auch bei Gamesplanet, nur dass ihr Bescheid wisst. Und es ist ein bisschen schade, dass nix von Bethesda spielbar ist. Aber hey, so ist das manchmal. Das war's mit der Gamescom 2017 hier für Gamesplanet. Ich bin Robin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin Robin, macht's gut und auf Wiedersehen.